Hallo zusammen, wir begrüßen euch. Ich bin Corinna. Und ich bin die Kathi. Ja, heute aus der Küche. Wir stellen heute das erste Mal unsere super Produkte aus der Küche vor. Wir haben uns für heute ausgedacht, dass wir euch mal das Glänzi vorstellen in Verbindung zusammen mit dem Hurricane, weil es einfach ein Must-Have für die Küche ist. Viel Spaß dabei! So, jetzt zeigen wir euch, wie ihr unsere super Öko-Spülcreme, hier ist das Glänzi Herbal, anlegt. Ja, wir haben einen wunderbaren Schaumspender. Wir nehmen Wasser. Es gibt eine Markierung in den Behälter. Das hier. Und nun füllen wir bis zur zweiten Markierung unsere Spülfilm dazu. Mal schön gekleckert, wie sich das gehört. Aber da können wir direkt unseren Hurricane verwenden. Und wir nehmen das auf. Keckel drauf. Und fertig. Nun kommen wir zur Anwendung von unserem Glänzi. Wir haben es in den Schaumspender reingemacht und schalbmalt. Wenn man dann den Schaumspender entsperrt hat, kann man ihn nach vorne drehen. Wunderbar. Schöner Schaum rauskommt. Und dann kann man das mit dem Hurricane 1A spülen. Auswaschen. Rausen auch noch ein bisschen was. Und fertig. Jetzt haben wir unsere Glasschüssel sauber gemacht. Vielleicht kennt ihr alle die Schwämme mit gelb und blauem Deckel, die man dann irgendwann wegschmeißen muss, weil sie so ekelhaft sind. Unsere wunderbaren Hurricanes kommen einfach bei 60 Grad in die Waschmaschine und man kann sie immer wieder verwenden. Das Glas ist gespült, aber wie wir es trocken machen, erfahrt ihr nächste Woche. Ciao! Ciao!